In meiner Freizeit gehe ich gerne im alten Handwerk nach. Und hier sorge ich für die Vernetzung unserer Region. In meiner Band passe ich mich dem Tempo der anderen an. Aber hier gebe ich den Takt vor. Mit meiner Familie kann ich wunderbar abschalten. Aber mit meinen Kollegen zusammen schalte ich an. Neues Abenteuer gefällig? Enviatel.